Der Hof, Quartier der Wache, Brewsters Laboratorium. Dort werden wir mit Sicherheit den Edensplitter finden. Keine Spuren. Und jetzt entkoppeln wir die Lokomotive und sorgen für Ablenkung. Wo sind sie? Wo sind Brewsters Vorräte? Feigling. Es ist Zeit für die Ablenkung. Ich bin unterwegs, so, David. Hallo, Jules. Das ist aber der Distanz. Auf die Ewigkeit! Oh! 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 Verraten Sie uns nicht, Mann. Die schicken und sitzen im Ohr. Wir verschwinden von hier, sobald der Zug abbremst lässt. Das war's. Riecht, als hätte Jacob gekocht. Das beschäftigt euch, während ich ins Labor schleiche. Du bleibst hier. Pass gut auf. Alles klar. Ich rufe, falls es Ärger gibt. Erst mal einen Überblick verschaffen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Wie konnte sich das lösen? Nicht dein Problem. Hol einfach die Ladung. Was war das? Finden wir es aus. Was war das? 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 Ich brauche noch etwa zwei Wochen mit dem Gerät. Ihre fragwürdigen Methoden fangen an, unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Sie hatten mehr als genug Zeit, um Ergebnisse zu liefern, Sir David. Mir war nicht bewusst, dass man von mir wartet, wie ein dressierter Hund zu arbeiten. Darf ich Sie an Ihre Verpflichtungen gegenüber dem Orden erinnern? Mithorn, reiten Sie diesen Gaul nicht zu Tode. Sir David, ich komme morgen wieder. Ist das Geheimnis des Geräts dann nicht entschlüsselt, vergessen Sie Ihre Hunde und Gäule. Denn dann warten die Wölfe. Guten Tag. Mir wurde nur ein kleiner Werksrundgang versprochen, my Lords. Er hat dich geschickt. Er hat für Green spioniert. Und da zieht der Mann einen Verhör. Dann bringt ihn zu mir ins Labor. Eine Schande. Aber nur nicht von der Mission abweichen. Er hat dich geschickt. Er hat dich geschickt. Sie werden sich schon holen. Halt ab. Haltet sie! Ja. Sie ist ein Eindringling! Sie ist ein Eindringling! Hab sie! Ja. Sie war doch nach eben? Noch hier! Ich krieg sie! Ida! Ah! Bin fast da. Bin fast da. Bin fast da. Ein geheimes Laboratorium? Sieh mal an, vielleicht kann ich doch bei diesem Feuer behilflich sein. Was genau wünschst du sie denn von mir zu erfahren? Oh. Oh. Das stimmt fast nicht. Sieh hat hier nichts zu tun. Oh. 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 Ich könnte mich heimlich in die Passage schleichen. Das ist es nicht wert. Hab ihn. Das ist es nicht wert. Was macht's für David eigentlich da drin? Ich weiß nicht. Da ist er ja. Der Eingang zu Brewsters Labor. Ein gespenstisches Licht durch die Gitter. Als kämen die Toten aus der Hölle gekrochen. Oh, ein Ver... Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und weiter geht's Die ZDF für funk, 2017 Und weiter geht's Die ZDF für funk, 2017 Der Edensplitter Behöhen Sie die Stromstärke Aber dann wird es instabil, Sir Sie haben mit Thorn gehört Wir brauchen Ergebnisse, sofort Mein Gott, das schwarze Licht wird es vollständig kratschbar haben Und dann wird es vollständig kratschbar haben Und dann wird es vollständig kratschbar haben Und dann wird es irgendwie kratschbar haben Losi fahren, will sich Ihren Kopf holen und Mr. Starwood den Rest. Mississor, Reynolds, vielleicht mississers, wenn Sie probieren. Herr Dänley, das kann ich dir ernst halten. Das war doch nur ein Scherz, Reynolds. Wie wir den Kante von sein Geheimnis im Reißen haben, die Töntler lachen, endgültig in der Hand. Er ist aus Hingehen, Wunder und Verdarf, die bleiben nichts als eine verblastene Erinnerung. Diese Mithorn, die hat was, die er mit alles schaukelt. Es ist Zeit, sich zur Ruhe zu betten, Sir David Brewster. Aber es gibt noch so viel zu entdecken. Nur keine Angst. Hab ich nicht. Gott wird mich schützen. Ich setze Ihr Experiment fort. Sie halten Starwood nicht auf. Mithorn hat bereits einen weiteren Edensplitter gefunden. Noch mächtiger als der letzte. Dann hole ich mir den auch. Wir kämpfen... ...um das, was wir nicht mitnehmen können. Das ist unsere Natur. Das ist unsere Natur. Ich sollte hier sofort raus. Das kommt schon irgendwie. Und weiter. Das war reichlich knapp. Ich brauche einen Ausgang. Ich bin der Kuss. Ich bin der Kuss. Ich bin der Kuss. Was war das für eine Explosion? Welche Explosion? Evie. Der Edensplitter ist explodiert und das Labor gleich mit. Der magische Krumpen aus hyperbolischem Metall? Schockierend. Nur weil du die Splitter nie zu würdigen wusstest, heißt das nicht... Es lief also alles nach Plan, hm? Es gab ein kleines Problem. Wie klein? Das Labor ist explodiert. Jacob! Du ließ dann den Zug entgleisen. Oh, hat er das? Sieh an. Nun, der Zug entgleiste und ich war zufällig an Bord. Ich habe mein Ziel erwischt. Brewster ist auch Geschichte. Dann war es wohl eine erfolgreiche Mission, trotz eurer Spielereien. Was ist mit London? Was soll damit sein? Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Du weißt genauso gut wie ich, dass London seit über 100 Jahren fest in der Hand der Templer ist. Sie sind noch viel zu mächtig für uns. Hab Geduld. Aber die Templer haben einen neuen Edensplitter. Sir David ist tot. Sie wissen nicht, wie man ihn benutzt. Unser Rat wird uns leiten. Denn euer Vater ist seinen Entscheidungen auch immer gefolgt. Wir sehen uns dann in Crawley. Hab Geduld, Evie. Der sanfte Klang einer Gelegenheit, die wir verpassten. Was hält uns denn auf? London. Wartet doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir... Ach, Vater. Du könntest dein Vermächtnis in London fortführen. Künftige Generationen vor einer Stadt im Griff der Templer bewahren? Weißt du... Jacob Fry. Vielleicht hast du ja recht. Also wollen wir? Ja. Los. Auf nach London. Los. 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 Los.